Hier sind wir im Sevest in Bellevue in Dresden. Hier sehen Sie ein behindertendes Zimmer, 492, Safe, Sitzecke, schön groß, zwei Betten. Und das ist ein behindertengerechtes Zimmer. Barrierefrei ist dieses Zimmer. Richtig barrierefrei, ja. Matthias freut sich, wie die Sau in der Badewanne war. Wir waren schon immer mal in der schönen Badewanne, der Stuhl erinnert an den Thron, das ist das Klo, mit links und rechts. Sehr schön, unsere Leiter haben wir auch, da können wir noch ein bisschen streiken. Hätten wir unseren Papagei mitnehmen können, hätte ein wenig da hochkrabbeln können.